Hallo zum Sport am Montag mit den ersten Ergebnissen und danach blicken wir nochmal auf das Läufer-Meeting des LV Blitzhausen. Los geht's mit Basketball, da standen für die Tigers Tübingen die abschließenden beiden Partien in der ersten Bundesliga an. Ja, vor dem letzten Heimspiel am Donnerstag gegen Hamburg stand ja der Abstieg bereits fest. Die Gäste setzten sich vor 2300 Zuschauern mit 93 zu 78 durch. Frank Gaines war mit 20 Punkten der beste Tübinger Werfer. Joshua Schweibold erzielte seinen ersten Punkt in der BBL. In den 17 Heimspielen kamen im Schnitt übrigens knapp 2900 Zuschauer in die Paul-Horn-Arena. Ebenfalls mit 78 zu 93 ging dann am Sonntag auch das letzte Spiel in Heidelberg verloren. Vor 4400 Zuschauern waren Helmanis mit 16 und Seric mit 13 Punkten die besten Werfer. Die Academics sicherten sich den Klassenerhalt. Neben den Tigers müssen auch die Merlins-Kralsheim den Gang in die zweite Liga antreten. Die Saison war mit den vielen Verletzungen sehr schwierig. Wenn wir in der Offensive gut abschließen, können wir auf jeden Fall mithalten. Insgesamt hat uns Größe und Physis gefehlt, um noch wettbewerbsfähiger zu sein. So Headcoach Danny Jansson schon vor dem Hamburg-Spiel. Der Aufsteiger beendet die Saison mit 6 Siegen und 28 Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Nach 5 Siegen in Folge mussten sich die Erstiger-Handballerinnen der TUS Metzingen der HSG Benzheim-Auerbach knapp mit 29 zu 30 geschlagen geben. Bereits im Hinspiel setzten sich die Flames knapp mit einem Treffer-Vorsprung durch. Zur Pause führten die Gäste vor über 1000 Zuschauern in der Oeschhalle mit 18 zu 14. Zehn Sekunden vor Schluss hatte die TUS nochmal die Chance zum Ausgleich, aber am Ende hatte die HSG die Nase vorn. Es war ein superintensives Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können. Wir haben uns nach einer nicht so guten ersten Hälfte mit dem Publikum im Rücken wieder zurückgekämpft. Aber wir haben es nicht geschafft, das Spiel auf unsere Seite zu kippen, so Trainer Werner Bösch. Wir haben alles gegeben, aber heute sollte es irgendwie nicht sein. Benzheim hat verdient gewonnen, so Verena Oswald. Julia Benke war mit 8 Toren die beste Werferin der Partie. Das Team aus Südhessen hat nun als zweiter 38 zu 10 Punkte. Die Tussis bleiben mit 28 zu 20 Punkten auf Platz 6. Zwei Spiele stehen noch an am Samstag zu Hause gegen Leverkusen und zum Schluss beim Thüringer HC. Die HSG Albstadt hat den Aufstieg in die neu geschaffene Regionalliga, also in die vierte Liga, geschafft. In der Relegation setzte sich der Meister der Württemberg-Liga in zwei Duellen gegen den TV Hartheim durch. Im Hinspiel am Donnerstag behielt die HSG zu Hause mit 41 zu 28 die Oberhand. Gregor Thomann traf sage und schreibe 18 Mal. Im Rückspiel setzte sich die HSG dann mit 36 zu 27 durch. Gregor und Julian Thomann erzielten da jeweils sieben Tore. Schmiederer traf sechs Mal. Auch die Damen des VfL Pfullingen dürfen weiter vom Aufstieg in die Württemberg-Liga träumen. Auch da standen zwei Relegationsspiele gegen den SV Leonberg-Eltingen an. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 28 zu 28. Unentschieden, Cetin erzielte neun Tore. Im Rückspiel gewannen die Pfullingerinnen dann vor 400 Zuschauern in der Abhalle mit 31 zu 29. In der hochspannenden Schlussphase behielt man die Nerven. Zudem lief Torhüterin Heinzelmann zur Hochform auf, berichtet Laura Wonus. Cetin und Junger trafen jeweils sieben Mal. Doch noch ist der Aufstieg aber nicht perfekt. Es kommt jetzt darauf an, was in den höheren Ligen noch passiert. Zum Fußball der Abschied der TSG Balingen aus der Regionalliga Südwest stand ja schon länger fest. Beim TSV Schott Mainz kassierte die TSG im letzten Auswärtsspiel eine heftige 0 zu 7 Niederlage. Bereits nach einer knappen halben Stunde lagen die Balinger mit 0 zu 3 zurück. Und zwischen der 55. und der 60. Minute fielen weitere drei Tore. Mainz ist mit jetzt 30 Punkten an der TSG in der Tabelle vorbeigezogen. Die TSG ist mit 28 Punkten nun vorletzter. Zum Mondenkehraus ist am Samstag mit dem KSV Hessen-Kassel der Tabellen-Achte zu Gast in der Bizerba-Arena. Die zweite der TSG hat unterdessen den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt gemacht. Mit 68 Punkten führt das Team von Coach Dennis Eppstein die Tabelle in der Landesliga Gruppe 4 souverän an. 15 Punkte beträgt bei drei noch ausstehenden Partien der Vorsprung auf den FC Wangen. Für den SSV Reutlingen wird die Luft im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga immer dünner. Beim Aufstiegsanwärter Herr Göppingen mussten sich die 05er von 900 Zuschauern mit 1 zu 2 geschlagen geben. Riccardo Gorgoglione brachte den SSV nach Vorarbeit von Onesi Coingenda nach 10 Minuten in Führung. Wolf traf nach einer Ecke 10 Minuten nach der Pause zum Ausgleich. SSV-Keeper Enrico Pio parierte in der 71. Minute einen Foul-Elfmeter von Millisic. Doch Profis besiegelte zwei Minuten vor Schluss die Niederlage. Damit holte man in den vergangenen fünf Spielen nur einen Punkt und ist auf Platz 15 abgerutscht. 34 Punkte hat der SSV auf dem Konto. Fünf Teams müssen runter, falls der Vizemeister aufsteigt. Nur vier. Zwei Spiele stehen nur noch an. Am Samstag geht es zum formstarken FC Nöttingen. Und am 1. Juni ist dann der ATSV Mutschelbach zu Gast an der Kreuzeiche. Acht Tore sahen die Zuschauer bei der Partie zwischen den Oberligadamen des TV Deren Dingen und des SV Gottenheim. 4 zu 4 hieß es am Ende. Knecht und Hildenbrand drehten zunächst den 0 zu 1 Rückstand. Doch bis zur Pause schlugen die Gäste dreimal zu. In der Schlussphase sicherten dann Kern und Münz per Strafstoß das Remis. Mit 19 Punkten bleibt der TVD auf Rang 9 und wird dort auch am Saisonende stehen. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Abstand sowohl nach oben als auch nach unten jeweils acht Punkte. Am Pfingstwochenende macht die Liga Pause. Zum Schluss noch ein Abstecher zum Baseball. In der zweiten Bundesliga mussten sich die Tübingen Hawks den Neuenburg Atomics mit 6 zu 13 und 5 zu 6 geschlagen geben. Drei Siege und jetzt fünf Niederlagen lautet die Bilanz aus den ersten acht Partien. Denn auch die Hawks haben über Pfingsten frei. Bereits am Donnerstag standen die Viertelfinalspiele im Verbandspokal an. Da sind die Hawks nach einer 3 zu 10 Niederlage bei den Eichelberg-Indiens überraschend ausgeschieden. Die Gammertingen Royals haben dagegen durch einen 12 zu 5 Sieg gegen Schriesheim das Halbfinale erreicht. Dort muss der Verbandsligist dann am 30. Mai nach Eichelberg. Soweit die Meldungen und jetzt gibt es also noch Leichtathletik aus Plitzhausen. Ja, richtig tolle Leistungen sahen die zahlreichen Zuschauer beim internationalen Talos-Läufer-Meeting vor einer Woche in Plitzhausen. Wir haben ja ausführlich berichtet und wie angekündigt gibt es jetzt noch weitere Stimmen und Bilder aus dem Schönbruchstadion. Das Schöne hier im Plitzhausen ist, man hat die großen Stars, man hat die Hobbyläufer, alles irgendwie vereint. Und dann natürlich die Stars, man bekommt immer Interviews, Fotos mit GESA, mit Konstanze. Ja, das ist ja eigentlich auch der Sinn der Leicherheit und der Sport ja insgesamt. Ja, ich halte nichts von irgendwelchen abgehobenen, abgekoppelten Veranstaltungen, wo die Basis mit der Spitze nicht mehr zusammenkommt. Wir müssen in Deutschland schauen, dass wir in der Leichtathletik, aber auch in anderen Sportarten, das gilt überall, dass wir eigentlich die Basis und die Breite fördern. Nur da kriegen wir wieder eine Spitze raus und dazu brauchen wir aber auch die Spitze, die irgendwo dann präsent ist bei Meetings wie unserem, um an der Basis auch da zu sein und die Verbindung herzustellen. Gab es irgendwie ein Event, eine Leistung, das besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, es waren eigentlich zwei, muss ich sagen. Das eine war der Tobias Kronstadt, der hier den norwegischen Rekord, den Meeting-Rekord pulverisiert hat, über die 600 Meter und da auch angedeutet hat, dass zu Wasser effenbar über die 800 Meter auch fähig ist. Also wenn er da in der besten Liste auch bei uns das hinter sich gelassen hat, das war schon, das zeugt von Weltklasse natürlich. Und was dann fast noch beeindruckender war, war der Auftritt von GSA Krause, wie es über 1000 gelaufen ist und dann das 2000 Meter Hindernisrennen anschließend mit anderthalb Stunden Pause gewonnen hat. Das war zutiefst beeindruckend. Für mich war es die Eröffnung der Saison. Die Zeit ist sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Es ist mein erster Start hier in Blitzhausen und sogar mein erstes Rennen in Deutschland überhaupt. Die Bahn ist sehr gut und ich bin dem Veranstalter dankbar, dass ich hier über die 400 Meter Hürden laufen durfte. Normal geht es ja hier über die 300 Meter. Jetzt gibt es natürlich der Fokus auf die EM in Rom und hier in Blitzhausen bin ich gerne auch im nächsten Jahr mit dabei, wenn es klappt. Auch insgesamt die Performance, das Wetter, alles hat heute einfach gepasst, um heute richtig gute Performance abzuliefern. Sehr schön, das freut mich. Lange mitgelaufen, wie warst du, Brian? Ja, also es ist halt so super, weil wir hier zu fünft einfach da waren und uns gegenseitig unterstützen konnten. Und dann sieht man eben den Teamkamerad vorne laufen und den anderen ein bisschen hinter einem laufen, gegen den einen kämpfen, dass man nicht überholt wird. An den anderen versucht man dran zu bleiben, weil man weiß, dass der richtig stark ist. Und es war super anstrengend, aber es hat total viel Spaß gemacht. Sehr schön. Stark mitgelaufen, lange Zeit versteckt, dann nach vorne gegangen, gut mitgelaufen, Meeting-Rekord knapp vorbeigeschamend. Weil ich hatte den Meeting-Rekord schon mal so im Auge, dass der eigentlich möglich sein könnte. Und jetzt bin ich ihn quasi gelaufen, aber bin ihn doch nicht gelaufen, weil der andere Kollege halt halbe Sekunde schneller war. Bisschen ärgerlich, aber vielleicht komme ich nochmal wieder und hole mir den noch. Klingt gut, vor allem auch im Hinblick, die nächsten Jahre seid ihr immer dabei. Wir waren schon mega oft hier, also ich glaube, ich bin hier schon vier, fünf Mal gelaufen. Ich glaube, wir haben auch schon drei YouTube-Videos allein von dem Meeting hier. Also ich glaube, wir kommen immer wieder, es passt gut. Ich glaube, das wäre jetzt so der Zeitpunkt, wo wir ein bisschen eine Werbung machen können für Running Gags. Ja, folgt Running Gags auf YouTube, Instagram. Wir sind cool. Wir sind cool. Genauso ein bisschen die In-Szene hier. Haben die Tausenden da aus Tscherberg was gebracht? Haben sicherlich schon insgesamt was gebracht, für die Hindernisse spezifisch jetzt vielleicht nicht. Ich merke schon, dass das noch neu für mich ist, die Disziplin. Und es hat trotzdem Spaß gemacht, weil einfach super Stimmung war. Und ja, ich glaube, das YouTube-Video wird heute auf jeden Fall gut, weil wir alles dabei haben im A- und B-Lauf. Ja, ich bin trotzdem zufrieden. Sehr schön, ich sehe hier nur strahlende Gesichter. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Rennen. Gerade auch im Hinblick auf die Highlights, Europameisterschaft und sowas. Macht's gut, viel Erfolg. Ja, mit der EM im Juni in Rom und natürlich den Olympischen Spielen in Paris stehen zwei absolute Highlights in diesem Jahr auf dem Programm. Ja, also am besten natürlich EM und Olympia. Am besten Einzelstart, ob das funktioniert, ob das klappt, wir werden sehen. Aber es wäre natürlich so der größte Traum. Lange Saison, viele Highlights, Rom und Paris. Wie sehen die nächsten Rennen aus? Wo läufst du und wie sieht deine Saisongestaltung aus und die Pläne dafür? Genau, mein erstes 400 Meter Hühnenlauf, der ist jetzt in anderthalb Wochen in Savona in Italien. Und dann sind wir jetzt eigentlich den ganzen Mai und Juni auf jeden Fall viel unterwegs, viel auf Wettkämpfen. Genau, und dann kommen ja dann schon Anfang Mitte Juni die Europameisterschaften. Da will ich dann, ja, möglichst schon mal in einer sehr, sehr guten Förstung sein. Und ja, danach ist natürlich dann alles auf Olympia ausgerichtet und es ist ein sehr wichtiges Jahr. Wir haben viel investiert, also hoffe ich, dass es dann auch gut auszahlt. Ja, also natürlich wird der absolute Trainingshöhepunkt dann auf Paris gelegt. Aber trotzdem wird man auch schon zur EM eine schöne Spitze setzen können. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass es sich dann bei den Wettkämpfen mir gelingt, mein Bestes zu zeigen und mein Potenzial abzurufen. Klar, Paris, Olympische Spiele hat immer was Besonderes. Ich war auch schon bei Olympischen Spielen dabei als Zuschauer. Es ist eine andere Atmosphäre. Wenn man sich das von der Leichtathletik anschaut, auch für die deutschen Athleten, ist Rom möglicherweise die interessantere Veranstaltung, weil da auch deutsche Athleten sicher wieder sehr gut abschneiden werden. Da ist einfach zwischen Europa und dem Rest der Welt gibt es eine kleine Lücke, eine kleine Kluft. Und Europameisterschaften sind immer auch irgendwie ähnlich wie jetzt hier bei uns, sind auch immer ein bisschen familiärere Veranstaltungen, ein bisschen kleiner, nicht zu abgehoben. Da kann man eine Dauerkarte kaufen für 400 Euro für die Woche und nicht 400 Euro für eine Abendsession in Paris dann irgendwo. Also von daher ist für mich eher eigentlich auch Rom so ein bisschen das Highlight, wo ich vielleicht dann auch spontan noch runterfahren werde. Und dann natürlich 2025 hier in Blitzhausen wieder? Ja, das werden wir aller Voraussicht nach auch wieder so angehen. Da werden die Vorbereitungen in Form von erstmal Rückschau, Analysen, werden da nächste Woche, übernächste Woche mal losgehen. Und dann schauen wir, was wir anders, besser machen können, müssen vielleicht auch. Und dann geht es in die Planungen. Was Gesa Krause, Carolina Kraftschek, Konstanze Klosterhalfen und Olivia Gürth zu den Top-Events in dieser Saison sagen und wie der Fahrplan für die weitere Saison aussieht, gibt es dann ebenfalls noch in dieser Woche. Was Thomas Jägle im Hinblick auf das nächste Meeting über die krummen Strengen denkt, erfahren Sie jetzt schon. Man kann sich viel wünschen. Man würde sich wünschen, dass wir hier in der Region auch weiterhin auf unsere Partner setzen können. Dass das Meeting in der Öffentlichkeit, bei Sponsoren, bei Förderern, Medien auf jeden Fall weiterhin auf die Resonanz stößt, wie wir es jetzt hatten, vielleicht sogar auf noch ein bisschen mehr. Da würden wir uns in der Region hier manchmal noch ein bisschen mehr erhoffen. Es gibt ja positive Ausnahmen wie RTF und andere. Aber es gibt trotzdem nach oben auch noch Möglichkeiten. Wir haben die Unterstützung der Gemeinde. Wir hoffen, dass die Gemeinde in zwei Jahren das Stadion hier die Laufbahn sanieren wird, weil das für uns auch einfach überlebensnotwendig ist. Das wären so die Wünsche. Alles andere liegt dann auch in unserer Hand. Vom Wünschen allein kriegt man keine erfolgreiche Veranstaltung hin. Da steckt dann doch ein bisschen eher Arbeit hinter. Das war's vom Sport. Kommen Sie gut in die Woche. Und mehr Leichtathletik gibt es dann am Dienstag. Da berichten wir über das Jump-and-Fly-Meeting der LG Steiner Zollern aus dem Hechinger Weiherstadion.